Danke, ich wünsche euch eine schöne Stunde und gute Robben. Danke. Und dann sind wir doch endlich fast. Ja, du hast recht. So, hab ich ein ruhiges Zettel. Komm, schieb mal jetzt mal ins Fülle hinein. Und du siehst immer noch wie früh wieder aus. Was ich dir damals nie zu sagen war, den streich jetzt heraus. Du bist und bleibst als an der Arschgesin. Ääh. Du? Er hat keine Rolle gemacht. Und auch nicht ist es. Kann ich kaputt in die Mann schieben? Hey, was fehlt dir denn? Das ist ein Bild aus Hessen. Es zeigt die ehemals langweilige Frau Lucienantin zusammen mit dem Kapitän Blaubeer. Und sie verbietet sich, wie der Wahlversprechen, daher wissen wir uns an. Es ist ein Glück, sie landet den Wolkensturm in aller Macht. Selbst Regieren auch mit Gott und nichts hat es gebracht. Mein Sturm, wenn ich jetzt weghalte, ist das noch nicht anders. Nein, ich kann bitte. Wieso? Bist du nicht gern verheiratet? Ach, das ist doch. Ja, also dann wirst du auch wieder heiratet. Ja, ich denke, wenn ich lange verheiratet und das Leben ja ein Zimmer gibt. Ja. Ja du, hättest du denn auch mit einer Frau in unserem Bett geschlossen? Hättest du denn auch mit einer Frau Sex in unserem Bett? Hä, das wird sich sicher so reagieren. Also nein. Nein. Ja. Und wenn du noch nach deinem Sex hättest, dann glaubst du dich auch mit ihrem Golf spielen, oder? Hättest du ja nicht bestimmt. Ja. Willst du einen Min, hoch, heiligen Mitglied oder Schrägerin? Nein. Nein, sicher nicht. Sie ist doch ein Linsenderin. Waaah! Was macht? Gesundheit. Wie geht es dir beim Brünzeln? Wissen geht es sehr gut. Schau, schau. Ich wollte dir in den Farben. Schau, schau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, nee, it's like a little thing. Oh, nee, it's like a little thing. Oh, nee, it's like a little thing. Oh, nee, it's like a little thing.